Hast du nicht gesehen, was ich für einen leuchtenden Blick gestern hatte, als du vorher auf die Knie gefallen bist? Ich schwöre dir, die Gute musste sich ganz schön zusammenreißen. Ich wollte dir bloß eine Freude machen. Das hast du auch. Aber? Nichts aber. Musik 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 Oh mein Gott. Wir dürfen das nicht. Sarah, ich... Bitte. Geh, geh jetzt. Ich wollte dir wirklich nur die Boxhandschuhe hier vorbeibringen. Ohne Hintergedanken, ganz ehrlich. Wir machen uns doch beide was vor. Wir werden nie wieder ein normales Leben führen. Nie! Doch! Doch, wir... wir lernen das irgendwann. Nein! Vielleicht ist es besser, wenn wir uns in Zukunft nicht mehr sehen. Das kann ich nicht. Es freut mich wirklich, dass alles so gut bei dir läuft. Ein Problem gibt es allerdings noch. Hast du schon mit deinem Bruder gesprochen? Klar, wir haben uns so lange nicht gesehen, da gibt es eine Menge zu erzählen. Hm. Auch darüber? Ach Mensch, Christian. Früher oder später wird der Wind davon bekommen. Sollte er da nicht besser zuerst deine Version hören? Ja schon, aber das ist nicht so einfach. Das ist einfach eine Frage des Timings. Naja, aber bring es hinter dich. So schnell wie möglich. Dann sieht die Welt ganz anders aus. Also bis dann. Wir sehen uns. Auf jeden Fall. Na, auf die Ausrede bin ich gespannt. Es gibt bestimmt eine vernünftige Erklärung. Ach, und warum tischte er mir dann die Geschichte vom Zahnarzt auf? Mensch, das ist ja ein Zufall. Tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich unsere Verabregung absagen musste, aber es ging wirklich nicht anders. Wie war es denn beim Zahnarzt? Halb so schlimm. Warst du wirklich beim Zahnarzt? Klar, aber was soll die Frage? War es nicht vielleicht eher eine Zahnärztin? Brünett, Ende 20, sexy? Das wird mir jetzt echt zu blöd. Und mir wird es zu blöd, dass du mir was vom Zahnarzt erzählst, wenn du dich mit einer anderen triffst. Nico! Jetzt komm mal wieder runter. Wir sind nicht verheiratet, wir sind nicht mal zusammen. Was jetzt beim Zahnarzt oder nicht? Und dann ziehst du mir so eine Schau auf. Mensch! Ich habe keinen Bock auf Verhören, okay? Ich will doch nur wissen, wer das war. Bitte wer? Na, die Brünette, mit der du dich so angeregt unterhalten hast. Sorry Nico, aber das geht dich wirklich nichts an, okay? Du hast ja noch richtig Power. Auf dem Spielfeld sah das komplett anders aus. Ja, ja, aber das war nur Show, um dein Team einzulullen. Ihr habt 15,3 verloren. Hat ja super geklappt. Das war ein Spiel. Was machen wir denn jetzt? Worauf du Lust hast? Computerspiele? Wenn du willst. Klar, wer weiß, wann wir immer wieder dazu kommen. Auf der Kursfahrt ist ja nur Wandern und Bildung angesagt. Hm, echt öde. Egal wo man hinguckt, überall Pauka. Schrecklich. Einfach schrecklich. Echt tolle Aussichten. Ja, das kannst du laut sagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du machst dir immer noch Hoffnungen auf deine kleine Französischlehrerin. Gregor hat gesagt, sie steht auf mich. Selbst wenn es stimmt, was Gregor über sie sagt... Es stimmt! Wenn jemand Ahnung von Frauen hat, dann Gregor. Okay. Nur mal angenommen, sie steht wirklich noch auf dich. Dann ist die Kursfahrt doch das Schlimmste, was dir passieren kann. Wieso? Wir fahren endlich zusammen weg. Das ist doch super. Ihr fahrt aber nicht in die Flitterwochen! Das sind doch noch jede Menge anderer Schüler, die sich um ihren eigenen Kram kümmern sollen. Und die Aselmayer? Mir egal. Und Anni Jensen, ich meine, die weiß doch auch Bescheid. Von der lasse ich mir doch nicht die Laune verderben. Na? Du strahlst ja! Hast du schon wieder eine Erbschaft gemacht? Besser noch. Christian ist zu Besuch. Christian? Ja, das ist mein kleiner Bruder. Ich wusste gar nicht, dass du einen kleinen Bruder hast. Ähm, wir haben uns auch relativ wenig gesehen in letzter Zeit. Eine Kollegin von dir hat angerufen, Frau Hassel... Reier... Aselmayer? Genau. Sie ist krank und kann die Kursfahrt nicht mitmachen. Na toll! Jetzt muss ich allein mit 16 triebgesteuerten Teenagern ins Bergische. Wenn du die Fahrt nicht machen möchtest, kannst du sie auch absagen, hat sie gesagt. Bist gleich, ich muss noch ins Konservatorium. Oh. Also Sarah sah jetzt auch alles anders glücklich aus. So. Und du? Warum soll ich mich freuen bei den Aussichten? Äh, soweit ich informiert bin, befindet sich unter deinen Schülern nur ein Sorgenkind. Falls du auf Paul anspielst. C'est passé. Oh, klar. Ja, bitte? Störe ich? Im Gegenteil, Leonard, ich bin froh, dich zu sehen. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ach, bitte. Doch, 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 doch. Es war ein großer Fehler, Sarah Geld anzubieten, damit sie die Stadt verlässt. Ach, Vater. Das ist doch gar nicht mehr wichtig. Aber ich war so in Sorge um euch, dass... Ich habe mittlerweile ein ganz anderes Problem. Ja. Ich muss einen Weg finden, mit Sarah zu leben, ohne sie zu lieben. Fünf, bitte. Danke. Das ist doch nicht so leicht. Wer hat das schon? Wo sind denn jetzt meine CDs? Äh, wenn das Konstantin ist, ich bin gleich da. Guten Morgen. Ist Paul schon fertig? Hallo. Mit den Nerven ja, mit dem Packen nein. Komm rein. Ah. Hast du keinen MP3-Player? Nein. Du weißt doch, ich stehe eher so auf die älteren Sachen. Wo ist meine Regenjacke? Da, wo du sie gestern hingehängt hast. Danke. Ein Fresspaket. Ich bin noch nicht mehr in der Grundschule. Falls du auf der Fahrt Hunger bekommst. Dann packe ich garantiert nicht die Stollen meiner Mutter aus. Außerdem, Essen hilft über Liebeskummer hinweg. Wie meinst du das jetzt? Ja, ist doch noch gar nicht so lange her, dass du mit dieser... ... Annika Schluss gemacht hast. Anne. Anne Jensen. Aber ich bin garantiert drüber weg. Genau, ähm, wir müssen jetzt auch. Kommst du? Genau. Tschüss. Danke. Paul! Vielleicht kannst du dich bei deiner Lehrerin ein bisschen ins Zeug legen, damit sie sieht, dass du eigentlich ein ganz netter Kerl bist. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, schlag ich zu. Ach, Mist. Entschuldigung, ich mach das gleich weg. Schon gut, ich mach das... Shit! Hey, ist doch gar nichts passiert. Doch! Leonard? Du hattest recht. Was ist passiert? Wir hätten uns beinahe geküsst. Sarah, ihr solltet euch wirklich besser aus dem Weg gehen. Hofmann? Oh, Leonard. Nein, ich hab Zeit. Ich kann kommen. Gut. Und? Ich soll aufs Schloss kommen. Zum Mittagessen. Mit der Familie. Sind alle da? Hallo! 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 Bevor Sie Ihre Sachen auf die Schlafräume verteilen, muss ich Ihnen noch eine wichtige Mitteilung machen. Sie haben bestimmt schon gemerkt, dass Frau Aselmeyer bei unserer Kursfahrt nicht dabei ist. Yes! Sie ist krank! Hey! Hören Sie auf mit dem Blödsinn! Dann! Ich hätte die Fahrt auch absagen können. Ich hab das nicht getan, weil ich Ihnen den Spaß nicht verderben wollte. Und weil ich von Ihrem Verantwortungsbewusstsein überzeugt bin. Aber ich erwarte nicht nur umsichtiges Verhalten, sondern auch ein bisschen Hilfe und Unterstützung. Jetzt wirst du gleich sehen, was ein richtiger Gentleman ist. Für die Höhlenführung heute Mittag suche ich noch Freiwillige, die mich bei der Aufsicht der Gruppe unterstützen. Ein Aufpasser. Hast du geglaubt, sie braucht jemand für ein gemeinsames Abendessen? Nee, alles recht. Dann muss ich wohl durch. Das ist so billig. Paul! Noch jemand? Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Paul wird zusammen mit mir die Aufsicht der Gruppe übernehmen. Ja, danke, das war's fürs Erste. Danke, Inga. Hey, schon vergessen? Du arbeitest ja nicht mehr. Also, gestattet mir ein paar Worte. Das Leben geht merkwürdige Wege. Und es stellt uns vor immer neue Prüfungen. Ich bin überzeugt, dass wir alle gemeinsam ... ... auch diese bestehen werden. In diesem Sinne, Sarah, herzlich willkommen in unserer Familie. Danke. Vielen Dank. Ich geh zur Post. Wollen wir nachher ins No Limits? Nö. Kein Bock. Na dann, bis später. Ja, bis später. Seit wann hast du keine Lust mehr aufs No Limits? Seitdem ich weiß, dass Gregor Mann einen Bruder hat? Du willst nur nicht dahin, weil du nicht willst, dass Coco Christian immer den Weg bleibt. Über kurz oder lang wird sie ihm sowieso dort begegnen. Ja, aber bis dahin kann ich meinen Vorteil auch nutzen. Ach, das ist nicht fair. Aber gerecht. Ich habe ihn zuerst entdeckt, also gehört der Typ auch mir. Hoffentlich hast du ihn mit deinem Auftritt nicht vergrault. Der arme Typ sah ganz schön mitgenommen aus. Ja, das sollte er auch. Du warst gar nicht sauer auf ihn? Das war pure Taktik. Jetzt fühlt er sich verunsichert und grübelt, was er falsch gemacht hat. Dieser Traumtyp gehört mir. Er weiß es nur noch nicht. Soll ich uns Kaffee bringen lassen? Für mich nicht. Äh, für mich auch nicht. Gut, aber um einen Digestiv im Kaminzimmer kommt ihr nicht herum. Wir müssen reden. Ich möchte euch Herrn Meier vorstellen. Herr Meier wird uns bei unserer Wanderung begleiten. Er kennt die Höhle wie kein anderer und wird ihnen jetzt noch wichtige Hinweise geben. Ja, der Meier... Psst, das ist wichtig. Oh Mann, wie der sich aufspielt. Was ich zu sagen habe, ist ganz einfach. Es kommt immer wieder vor, dass sich Leute verlaufen und oft erst nach Tagen, wenn überhaupt, gefunden werden. Und da kommt der nächste Wichtigturm. Versprechen Sie mir, dicht beieinander zu bleiben. So dicht, dass ich sie bei jedem Schritt beschützen kann. Schleimer. Paul? Achten Sie bitte mit darauf, dass sich niemand von der Gruppe entfernt. Sie können sich auf mich verlassen, Frau Siebert. Gut. Dann gehen wir jetzt rein. Frau Siebert? Sollte Paul nicht besser am Ende der Gruppe laufen? Dann kriegt er doch am besten mit, wenn jemand zurückbleibt. Das ist eine sehr gute Idee. Herr Meier und ich gehen voran. Und Sie bilden den Abschluss. Du spielst wie ein Mädchen, weißt du das? Ja klar, damit du nicht anfängst zu heulen wie eins. Wie steht es denn nun um unseren Alten? Okay, schon gut, alles klar. Gut. Und wie läuft es mit Nico? Eher Bescheid. Tja, du hast es vermasselt, ne? Sag ich doch bei dem Outfit. Ganz bestimmt deshalb. Aber... ... vielleicht gebe ich dir so eine kleine Starthilfe. Unter Brüdern. Ja... Okay Wie lange willst du noch so weitermachen? Womit weitermachen? Mach mir nichts vor. Du weißt genau, wovon ich rede. Was willst du denn jetzt hören, Carla? Die Wahrheit. Über Sarah und dich. Sarah ist unsere Halbschwester. Das ist alles. Leonard, ich will nur, dass du glücklich bist. Du hast schon genug durchgemacht. Alles, was du jetzt brauchst, ist Ruhe und Frieden. Und den findest du mit Sarah nie. Vielen Dank für deine Anteilnahme, aber ich glaube, ich weiß am besten, was gut für mich ist. Vor 350 bis 390 Millionen Jahren war also quasi ganz Europa von einem tropischen Meer bedeckt. Hier herrschen also Verhältnisse, wie wir sie heute in der Südsee oder in der Karibik vorfinden. Diese Höhle wurde vor 200 Jahren erstellt. Na? Noch alle da, Herr Hilfshöhlenführer? Ich kann ja gern noch mal für dich durchzählen. Keine schlechte Idee. Ich glaube nämlich, du kriegst sowieso nicht mit, wenn jemand fehlt. Was willst du? Gib's doch zu. Du hast doch sowieso nur Augen für die Siebel. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Ich weiß gar nicht, was du an der findest. Das einzige, was an der taugt, ist doch der Vorname. Kümmer dich um deine eigenen Angelegenheiten. Die Siebel kriegst du sowieso nie. Vielleicht will ich das ja auch gar nicht. Ach nein. Dann läuft es dir ja auch nichts aus, wenn alle von deiner großen Liebe erfahren. Weißt du, warum kleine Mädchen mich so abtören? Weil die immer so rumbitschen. Wie würdest du denn reagieren? Du hast mich ausgenutzt und dein eiskalt abserviert. Weißt du, wie man sich da fühlt? Anne! 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 Anne, jetzt bleib hier! Soll ich das vielleicht machen? Du bist ja pünktlich auf die Minute, holla! Ja, vielleicht erhöht das ja die Chancen auf eine Anstellung. Deine Chancen, die erhöhen sich mit jedem gespülten Glas. Gregor? Danke nochmal, dass ich hier aushelfen kann. Ach, also eigentlich müsste ich dir dankbar sein, weil... ... hübsche Kellnerinnen steigern den Umsatz. Nein, im Ernst. Es wäre wirklich toll, wenn ich mir neben meiner Ausbildung hier was dazu verdienen könnte. Ja klar, wann geht es denn los beim Fotografen? Ach, schon bald. Aber es bleibt genug Zeit, um zu arbeiten. Am Wochenende, abends und... wenn ich Berufsschule habe, sowieso. Fein. Hallo. Hi. Dann können wir ja loslegen. Ja, mit dem Einarbeiten. Ähm, wie... wir beide? Oder spricht irgendwas dagegen, dass ich jetzt zusammen arbeite? Nein. Absolut nicht. Nein. Dann... Herzlich willkommen. Wo Carla und Leonhard nur bleiben. Sie werden sicher gleich kommen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, hierher zu kommen. Glaub mir, es ist das Vernünftigste. Wenn wir uns alle der Situation stellen. Komm, mach dir nicht zu viele Sorgen. Das wird schon mit uns. Wie denn? Ich schaffe es ja nicht einmal mit dir oder Carla normal umzugehen oder ihr mit mir. Wie sollen es da Leonard und ich schaffen? Glaub mir. Wir haben in unserer Familie schon ganz andere Schicksalsschläge gemeistert. Aber es fällt ihm so schwer. Und mir zerreißt es das Herz, ihn so leidend zu sehen. Sarah, ein Anfang ist gemacht. Schau nach vorn. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Oh, da bist du! Paul! Geht's dir gut? Okay. Dann lass uns jetzt zu den anderen zurückgehen, okay? Komm. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Danke, dass du mich gesucht hast. Du bist eine Nervensäge. Aber allein in diesem Labyrinth lass ich dich nicht. Ich bin schon gruselig. Die ganzen Geschichten von all den Leuten, die sich hier schon verirrt haben, was? Und nie wieder rausgekommen sind. Was? Ey, hier waren wir doch schon. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich sage Leonhard noch Tschüss, bevor ich gehe. Dann verabschiede ich mich jetzt hier von dir. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Gerne. Es ist besser, wenn du sofort gehst. Ich wollte mich nur noch schnell von Leonard verabschieden. Sarah. Sag mir eins. Liebst du Leonard? Ja. Dann verlass ihn. Verschwinde vom Königsbrunnen. Für immer. 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 Für immer.